Yo, ich bin Finn und Phil, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dreh's gerade schon zu zweitmal bei meiner Schwester, das ist gerade nicht hinbekommen. Heute ist mal ein ganz anderes Video, heute ist mal ein allererster Vlog auf dem Kanal. Dafür könnt ihr schon mal einen Daumen hochgeben. Und ja, wir sind gerade, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel und sowas gesehen habt, auf dem Weg in die Trampfinale. Also wir fahren da gerade hin und wir müssen halt nach Wiesbaden fahren, weil das so am nächsten ist bei uns. Und das dauert halt bestimmt so 45 Minuten oder so. Und ja, also stürmt jetzt mal auf dem I, aber ob ihr auch schon mal in so einer Trampfinale wart? Ich war noch nie da, meine Schwester war schon mal da. Die sind gerade auch im Auto und meine Schwester filmt, sagt dann Hallo. 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 Okay. Okay. Also wir sind gerade auf dem Weg zur Trampfinale und ich fahre gerade hin. Stürt nicht. Was ist? Ja, okay. Eigentlich sind wir gerade schon auf dem Rückweg, also wir wackeln schon in der Trampfinale, aber ich hatte vorhin gar keinen Bock, das Video zu filmen und so. Und guck mal, wie ich fuhre hier mit dem Mikrofon. Und auf jeden Fall muss ich mich jetzt auch aufs Fahren konzentrieren und so, weil wir fahren jetzt wieder heim, sind auch echt kaputt und so. Aber es war eigentlich ganz cool in der Trampfinale und ich würde sagen, schaut es euch jetzt einfach selbst mal an. Ich habe recht viel mitgefilmt, wir haben sogar selbst sowas gemacht und ja, da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch mit dem Video an. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, abonniert mich noch kostenlos und gebt auch einen Daumen hoch für mehr Vlogs, falls ihr den Vlog cool fandet. Oder falls ihr auch mal selbst in der Trampfinale gerne wollt und das schon mal wart. Und ja, also vergesst nicht zu abonnieren und helfen mir bei den 5000 Abonnenten und da würde ich sagen, fangen wir jetzt auch an. War ich irgendwie hör auf. Und da würde ich auch sagen, fangen wir jetzt auch an und let's go. War ich einfach nicht so. War ich einfach? War ich noch nicht so? War ich auf keinen Fall affordvenistes, wer ich mich deshalb? War ich habe nicht so? War ich cher? War ich glaube ich hab. War ich me可以? War ich für? War ich, war ich weiß. Oh, das hängt einfach. Oh, er ist zu klein. Ah, wie schlecht. Du bist in einem Strung. Auf die Plätze, fertig, los. E-Bims findet ein Spasti. Auf die Plätze, fertig, los. Okay. Okay, Hanna, okay. Und traut sie sich? Hat sehr Angst. Los jetzt, los. Oh, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Es ist so cool! Das war's für heute. 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 Hannah. Okay, werden sie sich trauen oder nicht? Okay. Hannah? Traut sie sich? Los! Los! Hat sich getraut. Mach jetzt! Auf den Po bis Rücken! Oh! Fall runter! Sprecher! Sprecher! Schafft er es oder nicht? Oh! Oh! Beide gleichzeitig! Okay. Das war's auch schon mit dem Vlog. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann checkt doch mal meine letzten beiden Videos ab und falls sie neu sind, abonniert mich auch kostenlos. Wir fahren jetzt grad hier und waren grad auf dem Weg. Und ja, also checkt meine letzten beiden Videos ab und abonniert mich. Gut. Und gebt doch mal unbedingt einen Daumen hoch, falls ich in nächster Zeit auch mal mehr vloggen soll und so. Und ja, dann macht's gut und ciao! Dann. tous!